Ihr könnt mich doch klar verstehen, oder? Wir haben alle Yokoto und Wakazashi. Aber wenn ihr Battlefield habt, könnt ihr mich ja nachher mal runter move'n. Ich bin so lange oben. Du, wir sind hier auch bald fertig. Ja. Also wer zündet Smoo an, damit er schnell in die Medic läuft? Smoo, wie findet man nochmal die Sachen, wenn so ein Heli abgestürzt ist? Die liegen so im Kreis drumherum. Ich sag mal so, wie, ja so echt wie angeordnet. Also wirklich so ein Kreis mit 5 Punkten dran. Und da liegen die Sachen. Liegen 5 Sachen oder so. Epische Scheiße. Was ist hier los? Ich soll jetzt aufhören. Die machen sich alle Pipi in die Hose. Halb mich weg. Es ist da langsam relativ gefährlich auf dem Server. Ja, warte, warte denn. Ja, deswegen. Wir machen hier drin. Ja, schuhe. Ja, schuhe. Aber. Und so, ne? Nee, Titos. Aber hier sind überall Sniper. Und der Server ist voll. Hinterm Supermarkt. Hinterm Supermarkt läuft jemand lang. Ja, und Kevin ist nicht hier drin. Du. Du. Wenn du eigentlich stirbst, das geht auch gar nicht. Äh, äh. Ja, wenn hier jetzt Debs sind, dann muss ich jetzt nochmal schnell mal Lune machen. Oh, komm. So, Dinnerpost hab ich. Irgendwo beim Supermarkt soll auch länger sein. Ja. Vielleicht kommt ein Auto und überfährt uns. Ja, aber du scheißt, dass es in dem Auto noch keine Autos gibt, ne? Ja. Ja, der Server gibt's auch Autos. Ich höre Schritte. Ich komme zu euch. Was bin ich? Den Schlitten. Ja, ich hab gerade Bescheid gesagt, dass hier einer ist. Jo. Unten beim Market hast du gesagt, ne? Ja, schon immer. Na, nicht immer, aber schon ungefähr ein dreiviertel Jahr mindestens. Jo, neun Monate auf jeden Fall. Ich pushe den mal, auch wenn ich sterbe. Ich fahr da eh gleich an Aids. Pushe den doch nicht. Der läuft jetzt erst mal hier in den Vorgarten. Hab ich noch nie gesehen. Aber jetzt kommen wir bestimmt nicht mehr rein. Doch, doch. Könnten wir jetzt ja auch für Nose laufen, dann würden wir für einen Glück gar nicht alles kriegen. Hey, lass mal, da hängen wieder Sniper und alles. Der ist hier bei mir hinten am Zaun, Leute. Jo, um was zu trinken und zu fressen. Ja, er wäre hier reingekommen. Dann bin ich nicht. Ich kann dir einen Saft und Haferbrei geben. Noch geht's. Essen ist halb, Trinken ist bei drei Viertel. Hinten Haferbrei hab ich fünf und zack hab ich fünf. Ah, die sind auf den Roof von Shop einer. Und der zweite kommt da jetzt auch hin. Ja, ich seh es, wie sie raufspringen. Wir sind grad eben aus der Gruppe gelieft. Ich bin gestorben. Selber schuld. Keine Gruppeneinladung? Muss ich jetzt ja leider mal sagen. Da kommt einer rein, Smoke. Direkt rechts ist einer um die Ecke dann. Naja. Komm mal lieber hier hinter das Regal, Mann. Ich weiß nicht. Das ist voll schlechter. Der zerschießt durch die Barrikade und ist auch tot. Gibt's ja ne Chance gewesen, da wegzulaufen, Alter. Ganz schlechte Pose, ich sag's dir nochmal. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Ich hab' keine Vermögen. Ich kann nicht, sondern wir müssen zu uns kommen jetzt. Weißt du? Wir müssen zu uns kommen. Der andere ist auch, die hat die Ecke. Pass auf, pass auf. Ich geh' jetzt einmal hier hin und leg die auch im Sandberg hin. So. Und jetzt kannst du von da aus immer aufs Regal und oben drüber schießen. Tommy, rennst du ihm? Der hat gespawned. Der kommt rein. Komm rein. Komm rein. Alle tot. Alle tot. Boom. Motherfuckers. Boah, es wird hell. Zu spät wird's hell. Mal neu aufmunitionieren. Boah. Bestimmt.